Hallo Leute, willkommen zum Info-Video. Ich habe am Sonntag oft ein bisschen DGA5 Online gespielt, weil die DGA5 richtig schöne DGA5 weil DGA5 feiert weil DGA5 es sind Jahre alt geworden und ich wollte eigentlich das dann hochladen auf meinem YouTube-Kanal eigentlich das ist ein Video und zwar das FIFA-Oratel von der UEFA Champions League weil ich hatte doch den Oratel gemacht von der Bundesliga wie die Bundesliga ernst ab zu Ende gehen werde und darauf habe ich auch noch mitgenommen die zweite Bundesliga werde ich auch noch mitnehmen naja irgendwie muss ich mal gucken dass ich mal hoffentlich das Oratel heute noch aufnehme und wenn ich das hochladen vielleicht sind da noch ein paar Spiele noch zu laufen oder es ist schon zu Ende naja mal gucken haut rein und schauen das ist sehr die Vielen Dank.